Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Tanksho Wrath of Heaven. Und genau, wir haben ja beim letzten Mal, haben wir ja Fürst Goda gerettet, quasi vor dem Verräter. Und in diesem Part müssen wir uns in eine Hülle begeben und ein geheimnisvolles Schwert finden. Genau, und deswegen lohnt es sich wirklich dran zu bleiben, weil es wird glaube ich sehr spannend, weil wir gehen auf die Spur von Lord Mayo. So sieht es aus. Und ich nehme jetzt einfach mal meine Items mit hier. Und jo, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt. Jawohl, alles klar. So, wir waren ja bei Schloss Goda das letzte Mal. Ich finde das Shichitsu Schwert, okay. Alles klar. Gut, Limestone-Kaberne. Gut, dann gehen wir mal da rein. Oh, es geht direkt los. Keine Cutscene und nix. Okay. Ah, guck mal, was ich hier direkt mal gefunden habe. Ein Item. So, und wir haben hier nämlich jetzt... Moment. Ja, genau. Ich würde sagen, wir fangen einfach direkt an. Ich nehme jetzt erst mal das Blasrohr und probiere das direkt mal an dem da unten aus. Und? Es ist genau wie im zweiten Teil. Geil. Das Blasrohr ist ein Instant-Kill. Okay. Cool. Aber gibt halt natürlich bei den Zeichen nix. Alles klar. Aber das ist mir relativ egal. Hauptsache, ich komme hier irgendwie durch. So, hat der was? Ne, hat er nicht. So, es gibt nämlich einen Tipp. Und zwar der Shockwave. Shockwave 88. An der Stelle sei gegrüßt, dass man mit R2 irgendwie Gegner anvisieren kann. Aber wahrscheinlich ist das nur im Kampf gemeint, hä? Da unten sind zwei Typen. Das heißt, hier muss ich das Blasrohr definitiv anwenden. Und zack. So, der ist weg. Dann küll ich den anderen so dann. Der entdeckt den jetzt wahrscheinlich. Ja, genau. Okay. Ah, hier kann man sich aber besser umgucken, finde ich, hä? Als beim letzten Mal. So, hab ich jetzt zweimal Blasrohr gemacht. Das Blasrohr ist halt geil, ne? Das ist... So, dann... Ne, diesmal nicht. Ohne Wasserplanschen. So. Ich kann ja jetzt auch mal den Giftreis ausprobieren, hä? Den probiere ich jetzt gleich mal aus. Wenn der sich rumdreht, genau. Und Gift... Nein! Fuck! Scheiße, 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 fail. Der hat sich genau dann rumgedreht. Und der ist irgendwie schneller als ich. Der ist irgendwie schneller als ich, kann das sein? Keine Ahnung. Oh Mann, jetzt hab ich schon... Ah! Da ist er doch. Lauf weg! Der sieht mich immer noch. Ah, ich will nicht kämpfen. Blöd. Blöd gelaufen gerade, Mist. Scheiße, ja, ist egal. Dann... Oder... Moment mal, meint er das hier? Ne, das ist so. So, und... R2, hat der gesagt. Ah, weiß ich nicht. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Ich bin hier nicht, ich bin hier nicht, ich bin hier nicht. Ah, shit. Fuck. Geh weg. Geh weg, Junge. Oh, ey. Und hier hoch, komm. Nein, er geht nicht hoch. Ah, weißt du was? Dann kämpfe ich gegen den. Dann probiere ich auch mal Kombos aus. Ne, das sind keine Kombos. So, und dann zack. Und dann irgendwie zack. Und dann zack. Ne, ne. Zack, zack. Ne, ist egal. Gut. Den haben wir auch so gekriegt. Äh. Ich weiß nicht, wie man die Kombos ausprobieren kann hier. Das ist ein bisschen blöd. Aber ist egal. Boah, guckt euch mal die Karte an. Wie riesig fett die aussieht, ey. Wow. Okay. Dann würde ich sagen. Gehen wir mal in diese Höhle rein, hier. Oh mein Gott, das wird lustig, glaube ich. Enger Raum. Und ja. Gut. Ist das eine Tropfsteinhöhle? Boah, ich war ja als Kind mal in einer Tropfsteinhöhle. Das war voll geil. Ich fand das voll geil. Damals. Vor 15 Jahren oder so war das. Da waren wir in einer Tropfsteinhöhle. Mit der Schule. In erinnern bin ich so ein bisschen da dran, deswegen. Ich bin ein bisschen von Träger über die Ozean. Ja, aber es ist gefährlich. Oh, du bist zu schickern, um es zu sehen. Der Doktor sagte, ich sollte es zu sehen. Okay, die reden. Okay, krass. So, der rennt da rum. Okay. Wie funktioniert das hier mit dem Giftreis? Ah, nein, nicht so. Nein, 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 stopp. So, dann. Nicht an die Wand. So, ich muss mich jetzt hier nämlich irgendwie anschleichen. Und den irgendwie den Giftreis dahin schmeißen. Äh, wo ist jetzt der Giftreis? Da hinten ist nämlich noch einer. Seht ihr das? Da ist der Giftreis, aber... Das interessiert die nicht. Schade. Oder was? Ne, der Giftreis interessiert die nicht. Egal. Dann kill ich erstmal... Ah, nein, 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 stopp. Weg da. Äh, dann kill ich doch erstmal den da. Ah, ne, der kommt nicht. Okay. Nein! Scheiße, und ich hab nicht getroffen. Oh, man. Oh, Gott. Scheiße, ich hab mit dem Blasrohr nicht getroffen. Oh, das ist bitter. Das ist richtig bitter gerade. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott. Aber ist erstmal egal. Aber ich frag mich jetzt wirklich. Warum... Warum interessiert der Giftreis die nicht? Oder hat er den... Er hat den genommen, okay. Alles klar. Aber... Da unten ist der andere. Okay, fuck. Das ist jetzt... Das ist blöd. Weil ich kann jetzt nicht dahin gehen, ohne dass der andere mich sieht, ja? Okay, der hat sich rumgedreht. Und schneller, schneller, schneller als... Yes! Und da ist aber der andere. Komm! Keine Moves! Keine Moves und weg hier. Oh, Gott. Ein bisschen... Ein bisschen... Erstmal versuchen, hier ein bisschen besser zu spielen, ja? So, wo ist der andere? Da hinten ist der andere. Ah, er hat ihn gesehen. Okay, ich verstehe. Alles klar. Nichts da, mein Freund. So. Du kannst da ruhig deine Runde machen, aber ich kill dich gleich auch. Ja, das war doch gut. Aber ich hab natürlich jetzt alle Items verloren, ne? So, da unten ist der... Bisschen beobachten. Wenn er sich jetzt dreht. Dann laufe ich hin und kill ihn hoffentlich. Yes! Sehr schön! Geil! Okay. Okay, sehr gut. Hast du jetzt wieder ein Item für mich oder so? Nö, ne? Ne. Alles klar. Ah, mit R2, also Shockwave 88, meinte er, mit R2 kann man Gegner anvisieren. Äh, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Musst du mir nochmal erklären, wie es geht. Habe ich nicht ganz rausgefunden gerade. So, was haben wir hier? Ah, da ist ein Abgrund. Die kennen wir noch. Ne, ne, lass mal. Aber wenn man hier oben drauf geht, ne? Was haben wir denn hier oben noch? Nix, okay. Eine Schiene, die ins Leere geht, oder was? Oder ist da ein Geheimnis vielleicht versteckt? Ich geh mal hin. Ne, da ist nix. Ne, da ist nur ein Abgrund. Okay, dann... Dann lieber nicht. So, dann gehen wir mal weiter. Wie gesagt, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt hier bei Tangshu. Freut mich immer sehr, wenn Leute noch so ältere Spiele, sage ich mal, schauen. Und Tangshu finde ich doch wirklich eine sehr lohnenswerte Spiele-Serie. So, da hinten ist der Nächste. Er kommt, oder was? Ne, 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 ne. Nein, 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 nein! Ah! Schker, 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 schker. Ich darf nicht mehr rollen, das ist, glaube ich, das, ne? Ja, jetzt habe ich hier so einen Ninja am Arsch kleben, scheiße, ey. Okay. Und? Er hat sich beruhigt, oder was? Oh! Der Oven! Oh! Was macht der denn? Okay, er hat eine Leiche entdeckt, okay. Oh Gott, aufpassen. Aufpassen. Welche Leiche? Welche Leiche? Ich sehe ja nichts. Lost him, Gott sei Dank. Ah, es ruckelt. Ein bisschen. Minimal. Er hat noch... Ah, da hinten. Hä? Ah, okay, ich sehe ihn. Seht ihr das da hinten hinter dem Baum? Was macht der? Was macht der? Okay, der geht eine sehr komische... Natürlich jetzt eine verkrüppelte Route, weil ich ihn rausgelockt habe. Ist klar. Ah, er dreht irgendwelche Kreise. Okay, das ist blöd jetzt. Der geht jetzt sehr komisch. Weil wenn ich hinlaufe, dann... Dann dreht er sich rum und dann entdeckt er mich. Das ist halt die Kacke, ne? Ich muss einfach abwarten, glaube ich. Ja, der dreht seine Kreise jetzt und... Keine Ahnung. Haha, das sieht voll lustig aus. Das sieht echt so aus, als wäre der besoffen. Ja, der kommt ja doch von alleine nicht raus, oder? Ah, jetzt hat er sich beruhigt, okay. Aber was macht der, Alter? Wenn ich da hinlaufe, dann dreht er sich rum. Ich glaube, wenn er das nächste Mal sich hinstellt... Ich will ja auch nicht, dass es so langweilig für euch wird, ne? Ja, wenn er sich das nächste Mal hinstellt, gegen die Wand guckt oder so. Was macht er denn jetzt? Hä? Okay. Oh Mann. Kannst du dich mal bitte richtig rum hinstellen? Nein, nicht immer falsch rum. Wenn ich da hinlaufe, während der sich dreht, das ist dann ein Todesurteil. So, jetzt aber. Oder, 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 oder? Nein, hier ist so ein Zaun vor. Fuck! Da war so ein Zaun im Weg. Oh, ich Idiot. Da war so ein blöder Zaun im Weg, ey. Oh, fuck. Und ich kann hier nicht hinter. Okay, egal. Oh, verdammt, ey. Ich hab den Zaun nicht gesehen. Okay. Oh, jetzt aber, oder? Wetten, der dreht sich jetzt wieder rum. Diesmal nicht, Junge. Jetzt hab ich dich aber. Oh. Sehr schön. Geil. Ja, egal. Äh, ich wurde zwar ein paar Mal entdeckt, aber... Ich glaube, das ist noch in Ordnung, hä? Weil ganz unentdeckt bleiben, jetzt mal ehrlich, das ist extrem schwierig, finde ich. Aber definitiv irgendwie machbar, glaube ich. Ah. Stopp, hier ist einer in Alarmbereitschaft. Da ist keiner, okay. Nur, Frage ist, wo ist der Nächste? Wahrscheinlich hier irgendwo in der Höhle. So. Aber wenn ich hier hingehe, dann laufe ich auf einen zu. Haben wir hier oben irgendwas vielleicht? Ne, haben wir nicht. Okay. Ja, das Level hier ist aber ziemlich linear, muss ich sagen. Ah, da hinten. Oh mein Gott, da ist noch ein Abgrund. Okay. Oder was ist das? Nein, 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 nein. Er hat mich... Ah, Mann! Ich dachte, er wäre runtergegangen. Fuck. Egal. Ah, sowas ist nämlich ärgerlich. Sowas ist ärgerlich auf jeden Fall. Wenn man den doch schon richtig rum hatte und dann aus Versehen irgendwo hingeht, ne? Aber das da, das ist kein Abgrund, oder was? Oh, das ist fies. Das ist fies hier. So. Ne, ich kann nicht... Ne, die drehen sich ja so erratisch rum hier. Ja, bei euch alles gut soweit? Äh, bei mir... Ja, schon, doch. Jo. Nein! Fuck! Nein! Ah, da ist ein Abgrund, Mann. Boah, ist das fies. Ist das gemein, ey. Naja, egal. Es war nur ein Abgrund. Wie gesagt, ich spiele nochmal bis dahin. Und dann nehme ich euch gleich wieder mit rein, ja? Also bis gleich dann, ne? Ja, hallo zusammen. Äh, da bin ich wieder. Und ich habe jetzt wieder bis hierhin gespielt. Und genau, ich habe mir den Typen jetzt mal ein bisschen angeguckt. Also es ist ähnlich verlaufen wie im Let's Play auch. Äh, ich habe... What? Ah, Mann! Ich habe auch... Äh, ich wurde auch wieder ein paar Mal entdeckt. Und ich habe auch ein paar Items wieder verloren. Aber ja, ich habe mir den Typen jetzt erst mal ein bisschen angeguckt. Und wenn der da rechts steht... Da. Dann kann man den nämlich killen gleich. Und nämlich jetzt. Nämlich jetzt, genau! Ha! Auf den Moment habe ich nämlich gewartet. So. Dann hätten wir die Schwierigkeit erst mal erledigt, ey. So. Ja, wie gesagt, ich spiele halt ohne Quick-Saves, ne? Weil ihr mir ja gesagt habt, dass... Äh, mit den Quick-Saves das nicht so doll... Dass ihr das nicht so doll findet. Warte mal, was? Kann der um die Ecke... Um die Ecke sich jetzt hangeln? Oh, wie geil! Der kann sich um die Ecke hangeln, okay. Und deshalb, äh, ja. Muss ich halt immer wieder neu spielen, ne? Ich muss mal gucken. Wo ist denn der? Da! Oder was? Ne, hä? Ich sehe hier gerade gar nichts. Das ist irgendwie voll dunkel gerade. Ah, wo ist denn der? Der ist auf 60. Da unten! Ah! Okay, ich sehe ihn da durch... So. Moment mal. So. Dann muss ich jetzt mal gucken, wie ich den kriege. So, ja, da kann ich zumindest schon mal beobachten, wie der sich dreht. Ah, der macht eher erratische Bewegungen. Also eher zufällige Bewegungen. Okay. Aber wenn er sich jetzt rumdreht, ist der fällig. Und? Er dreht sich rum. Ah, der dreht sich nochmal rum! Ah, okay, ich verstehe. Okay, geh weg. Geh weg. Hau ab. Ah, Rikimaru, geh hoch! Verdammt. Scheiße. Ich will nicht kämpfen. Ah, das Feuer! Da ist noch einer. Oh, Mann! Ah, Hilfe! Hilfe! Lass mich doch hier hoch, Mann! Der lässt mich nicht hier hoch. Oh, fuck. Oh, fuck! Oh, fuck! Ah, ja, die... Nee, die sind hartnäckig hier. Scheiße, scheiße. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Na gut, nee, nee, da muss ich die killen. Es tut mir leid. Hau ab. Nein, hau ab. Scheiße. Die kann ich hier nicht austricksen, ne, mit, äh, mit Wand und so. Nee. Nein. Ah, fuck. Ah, ich... Das ist schon wieder so eine Fail hier. Das ist wirklich wieder so ein Fail. Oh, Mann, ey. Lass mich doch mal in Ruhe. Die sind so auftriegelig hier oben. Ich kann auch nicht mehr da hoch. Nee. Ah, geh da hoch! Oh, nein, es geht nicht. Ich komme nicht mehr hier weg. Warum... Ey, Alter. Ey, nee. Jetzt komme ich nicht mehr hier weg wegen denen, oder was? Ich will die... Ich will die nicht bekämpfen, nein. Wetten, wenn ich hier um die Ecke gehe, ist da noch einer? Ah. Oh, mein Gott. Wetten, hier ist noch einer. Oh, Gott sei Dank. Ah, was? Ah, ah, doch. Okay. Oh, mein Gott. Oh. Was war das denn, ey? Nimm erst mal einen Heiltrank. Alter Schwede. Das war krass. Shit. Jetzt habe ich die beiden natürlich aufgescheucht. So, die sind ja da hinten. Da sind zwei. Oh, Mann, wie soll ich denn... Nein. Ah. Verdammt. Verdammt. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ey, nee. Verdammte Scheiße. Die sind aber auch so krass. Egal, alleine kann ich die killen. Ah. Ah. Okay. Ah, verdammt. Scheiße. Ah, ey. Wo sind sie denn? Ich sehe die nicht, die hauen nur ab, ey. Ah, und dann... Und dann trifft er mich. Ah. Mensch. Der Schlag. Und zack. Nein. Ah, ich habe so Schiss von denen, ey. Zack. So. Der ist schon mal weg. Ah. Egal, komm. Ich versuche es trotzdem weiter. Es macht mir ja trotzdem noch... Ah. Es macht mir ja trotzdem noch Spaß. Wo ist der Nächste? Wo ist der andere? Einfach anschleichen. Er hat eine Leiche entdeckt. Welche Leiche hat der entdeckt? Da hinten irgendwo ist der. So. Okay. Oh mein Gott. Ich höre ihn da tippeln. Ja. Aber... Frage ist jetzt, ne. Wo ist der genau? Der ist bestimmt um die Ecke irgendwo. Ey. Das ist so fies hier. Der ist mit Sicherheit um die Ecke. Boah. Ich habe so Panik hier, ey. Da ist er doch. Da ist er doch. So. Erstmal beobachten. Der scheint sich aber nur zu drehen. Okay. Ja. Okay. Dann. Geht's mal weiter hier, ne. So. Und jetzt. Und jetzt. 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 Ja. Zack. Sehr schön. Ein weiteres Zeichen für uns. Und genau. Ja. Ich bin noch ganz schön außer Atem. Das Spiel ist schon echt herausfordernd. Find ich schon. Und jo. Ich muss mich, ich muss mir auch echt abgewöhnen. Ah. Da ist, oder? Ja, das ist ein Abgrund. Shit. Frage. Ich muss mir auch echt abgewöhnen jetzt. Äh. Zu denken von wegen, ja, Griechen. Griechen bringt hier nicht viel. Oh. Oh. Was? Er hat mich entdeckt. Der hat mich entdeckt, während ich geflogen bin. Okay. Okay. Ja, okay. So. Okay. Beobachten. So. Das heißt, er dreht sich da jetzt rum. Geht da hin. Okay. Wenn er sich rumdreht, dann ist er weg. Guckt nochmal, okay. Mensch. Boah. Die entdecken einen echt direkt. Also, wenn man den vor der Fresse hängt, dann ist es scheiße. Ja, mit dem Typen hier ist nicht gut Kirschen essen. Auf keinen Fall. Ja. Als ob er es wüsste, bleibt er es natürlich so stehen. Ist klar. Und macht er die ganze Zeit seine Hampeleien. Ach, Mensch. Komm schon. Jetzt dreht sich rum. Ja. Sehr schön. Sehr schön. Und, 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 und. Nein, er dreht sich wieder rum. Ah, fuck. Ah. Scheiße. Ich hab doch Kreis gedrückt. Warum? Ah. Was hab ich denn da gekriegt? Ich hab da gar nichts ge... Ein Heiltrank! Er wollte sich heilen. Wie geil. Ja, dankeschön. Dann nehm ich den jetzt. Haha. Fuck. Fuck. Ich hab wieder schlecht getimed hier. Aber egal. Haha. Ne, ist nicht egal. Aber... Ich bin bei der Hälfte. Okay. Noch nicht mehr bei der Hälfte. So. Dann gehst du mal hier weiter. Ja. Genau. Warte. Wenn ich ja jetzt... Ernsthaft? Ich bin jetzt wieder am Anfang hier. Jetzt bin ich wieder hier an dem Abgrund, oder was? Hä? Ja, oder? Ist das hier diese Stelle mit dem... Ja, das ist die Stelle mit dem Abgrund. Ah. Das ist also ein Kreis. Gut. Okay. Jo. Ja, kleiner Soundrückler. Äh, genau. Hm. Wo lang geht es jetzt? Hier war ich ja eben. Äh... Hä? Moment mal. Wo soll ich denn jetzt überhaupt... 60? Was für 60? Was gibt es denn hier? Äh... Das ist jetzt aber auch blöd, dass draußen so die Sonne... Ah! Schau... Ne, oder? Geht es da oben hoch? Dass draußen so die Sonne scheint, weil... So kann ich hier nicht viel erkennen. Das ist doch ein sehr düsteres... Ah, ne, da komme ich ja her. Da komme ich ja her. Das bringt mir nix. Da wollen wir uns jetzt mal gucken. Wo denn hier... Wo ich denn jetzt hier weiter kann? Also hier ist ja der... Hä? Moment mal. Hier geht es ja geradeaus weiter. Oder was? Oder nicht? Ne? Hier geht es nicht weiter. Ach, da oben ist was. Ah, ich verstehe. Okay. Alles klar, ja dann. Nimm den Kletterhaken und gehen wir da hoch. Okay. Ja, hier ist doch was. Alles klar. So, hier oben jetzt. Boah, ich habe hier voll keine Orientierung. Ne, das ist krass. Naja, ist egal. Ah, ich komme auf jeden Fall... Ah, da. Da. Okay, da ist ein Typ. Ist da wieder ein Abgrund? Ne. Okay. Okay. Nein, nicht so. So, genau. Nein, nicht an der Wand festhalten. So. Da ist doch ein Abgrund. Wollen wir mich verarschen? Oder? Das ist... Ne, das ist kein Abgrund. Okay, das ist kein Abgrund. Dann geht er erstmal rein. Da hinten ist der nächste. Okay. Oh mein Gott, ich hoffe, der kommt nicht hier hin. Das wäre scheiße, wenn er hierhin kommen würde. Ich kann hier nämlich nicht zurück, oder? Ne, ich kann hier nicht zurück. Ein bisschen vielleicht, aber... Ah, der dreht sich nur. Okay. Aber der dreht sich erratisch. Ha. Kacke. Dann warte ich erstmal ab. Ah, ne. Er geht weg. Okay. Der geht weg. Ich bin aber auch ein Vollidiot. Es gibt immer diese scheiß Abgründe hier, ey. Ich bin so ein Trottel, ey. Naja, ich würde mal sagen, ich spiele wieder bis dahin. So, ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder. Äh, ich bin jetzt wieder an der Stelle. Und, ja. Dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Also, ich bin jetzt hier oben. Oh Mann, ist das mies, ey. Oh Mann, ist das mies, ey. Ist das mies. Ist das mies. Richtig fies gemacht hier. Aber egal, ich kümmere mich jetzt erst mal um den da oben. Ah, er hält sich... Ha. Scheiße. Der da hinten ist das. Ah. Das ist ein richtig krasses Level wieder hier. Also, heftig. Halt dich mal da oben fest. Ja. Dann kümmere ich mich erst mal um den. Bevor ich dann am Ende da wieder so einen Abgrundtypen hab. Hey, wie oft bin ich jetzt schon in Abgründe gefallen? Das ist ja nicht mehr normal. So, der kommt hier hin. Okay. Okay. So. Hallo, mein Freund. Weiß ich mal, bis du wieder da hinten hingehst, ne? Und dann kill ich dich. Weil du es nicht anders verdient hast. So, er geht. Er geht, oder? Ne, er geht nicht. Doch, er geht. Ah, zack. So. Zack, Jürgen. Geil. Okay. Gucke ich nämlich jetzt erst mal, was hier noch schön... ...es ist. Ah, das ist was anderes. Okay. Okay, ne, ja. Gut, dann. Ah, das ist sowieso ne Sackgasse hier, oder? Ja, das ist eh ne Sackgasse, oder? Ne, wo wollte der denn? Ah, hier wollte der hin. Was haben wir denn hier noch? Okay, was ist das? Ah, hier geht's weiter, oder was? Was ist das hier? Das ist irgendein Seil. Und da ist er in den Gegner. Ja. Dich sehe ich, mein Freund. Jetzt mal beobachten. Ach ja, Tengshu, Tengshu, Tengshu. Echt schwer, diese Version des Spiels. Aber es macht Spaß, auf jeden Fall. Also wenn du gegen die Wand guckst, mein Freund, bist du weg. Einmal noch. Oh, er dreht sich nur in zwei Richtungen, oder was? Nein. Ah, fuck. So, jetzt. So, okay. Ja, die Level sind länger auch, als im zweiten Teil und im ersten Teil. Aber, ja, da hat man ja viel mehr Spielspaß daran, ne? So. Der dreht sich echt nicht rum, ne? Der dreht sich nur in zwei Richtungen. Ja, der dreht sich in eine Richtung und macht den. Ah, haben wir hier wieder einmal Avira. Es muss ja sein, ne? Jetzt habe ich den Moment verpasst, wegen Avira. Ah, der hat sich sowieso rumgedreht, okay. Ich glaube, wenn... Moment, nochmal kurz. Ja. Es ist wieder ein Abgrund! Ah, es ist wieder ein Abgrund. Ne, jetzt lade ich in Safe State. Freunde, es tut mir leid. Aber, ja. Was soll man machen, wenn hier so blöde Abgründe sind? Äh, da muss ich halt einfach mal ab und zu mal ein Safe State laden. Es geht nicht anders, weil diese Abgründe, die sind so gemein hier. So, jetzt sind wir ja wieder hier, ne? Also, ihr habt ja gesehen, es ist wirklich nicht weit gewesen. Ne? Aber es ist halt... Es ist halt der Scheiß mit so Abgründen hier. Ah! Vor allem, warum sind Abgründe in der Höhle? Das frage ich mich ja immer noch. Aber die Mucke ist geil. Tuck, 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 tuck. So, jetzt aber. Jetzt aber! Yes! Oh, geschafft, ey. Mann! So, den haben wir. Aber ich glaube, hier geht's weiter. Ja, hier geht's weiter. Ja, Moment, dann... Alter! So. Hä? Aber Moment mal. Wo war denn der Abgrund, wo ich reingefallen bin? Ach, da! Okay, stopp. Aber Moment mal. Ich geh...